Das ist ein Höllenritt. Es ist ein Höllenritt. Aber es wird ganz ganz toll. Wir gehen jetzt erstmal in... Hier, ne? Wie heißt das? Backstage. Wir haben uns schon Hüpfburgen aufgebaut. Für nach der Show. Indoor Hüpfburgen. Da staut sich die Wärme schön drin, weil du brauchst ja nach der Show auch ein bisschen Wärme. Ähm... Oh, ich seh nichts. Also ich seh generell nichts, weil ich keine Kontakten drin habe, aber er habe. Ah, es ist zu warm. Wir freuen uns. Ich versuche hier zu reden! Hallo! Schlurp, 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 schlurp. Und hier geht's dann so... Und da vorne ist dann Security... Schlurp, 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 schlurp. Schlurp, 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 schlurp. Alles klar! Oder? So, kommst du nicht rein? So ist das Konzert, ne? Das wird auch so erklärt. So ist das Konzert. Aber richtig geil finde ich halt die ganzen Zikaden hier rum, ne? Die. Ja, ja, ich höre das. Sind das ernsthaft Zikaden? Das sind Zikaden. Alter. Schiech! Die machen heute die Pausen-Musik. Oh, Leute. Es funktioniert noch. Es funktioniert noch. Es hält zu halbem Studio. Wir brauchen wieder eine neue Rolle Gaffe, aber dann... Okay. Danke. Damit ihr seht, wie es hält. Echter Profi. Man sieht's gar nicht. Aber... Ja, egal. Es ist komplett mit Gaffe befestigt. Sehr gut. Geil. Kann ich dir auch schon... Diese Episode wird so einen ganz großen Teil daraus bestehen. Das ist dieser Szene hier, dass die einfach nur umsitzen. Die Kamera auf mich behalten würde. Es wird spannend. Es wird spannend. Was dann geschah ist... Das ist unglaublich. Sackdruck. Irgendwann kommt der Punkt auf Tour. Wo man immer nicht weiß, woher irgendwelche Schrammen sind. Also das ist ein Mückenstich. Ich hab keinen Plan, woher das kommt. Langsam wird's auch warm hier drin. Also abgesehen davon... Das... Glaube ich zumindest... Die Erinnerungen an diese Tour immer bleiben werden. Weil es einfach so unglaublich wundervoll ist auf dieser Tour. Mit allem drum und dran. Und auch allen beschissenen Dingen, die probieren. Die gehören... Probieren? Die passieren. Die gehören einfach dazu. Aber es ist so geil auf dieser Tour. Und die Erinnerungen werden bleiben. Aber... Trotzdem kann man sich auch ein paar... Materielle Erinnerungen dazu holen. Deswegen geh ich jetzt zum Merch. Aber mir tun die armen Seelen leid. Die jetzt in der ersten Reihe, zweite, dritte, vier bestehen. Und da so lange in der grütenden Hitze... Ja. Also Fan sein... Ist manchmal... Oder sehr oft vielleicht auch... Echt Arbeit. Und als Band... Weiß man das hoffentlich immer zu schätzen... Was... Was Fans für die Band tun. Ganz abgesehen davon, dass sie nur... Nur... Karten kaufen. Das hab ich gesagt. Aber... Der kärpert sich bei den Arten. Und noch ein bisschen... Besser. Jetzt noch. Schiebkacke. Und... Na vorne. Ja. Sehr gut. So eine Arme. Und jetzt nimm ihn in den Mund. Achso, da. Ich dachte, es ist so eine Schepper. Nein. Super. Ich winkel dir jetzt. Wenn du reinkommst. Ich glaub. Das riech. Nach Schafarsch. Schafsarsch. Genau. Wenn ihr euch fragt... Rasiert sich Chris eigentlich den Oberkörper? Epiliert der den? Naja. Versucht mal Flüssiglatex. Dann wisst ihr, was Haare gewesen sind. Es riecht nur nach Schafsarsch. Wir arbeiten. Bis später. Ist das das Problem? Tschüss. Wenn ihr wissen wollt, wie es riecht, geht mal zum Schaf und riecht ihn an einem Arsch. Oder kauft euch Flüssiglatex. Aber ich glaub, grad für die auf dem Land von euch, wenn ihr näher an einem Schaf seid, riecht einfach mal an einem Arsch von einem Schaf und dann wisst ihr, wie das riecht. Ich trinkt ja alles selber. Ich hab Lukas angewiesen, jetzt immer Fleischspieße zu grillen. Ich bin ein schöner Spieler. Ich sprich dir als ein Schaf. Ich bin die Schaf, ja. So, das ist das schön. Schafschen. Ja, ja. Hast du? Schafschen. Rot am Bremsen. Ja, aber... Ja, das ist nicht so gut. Das ist, äh, äh... Hä? Musiker sind überfordert. Was ist das? Und der Schlagzeuger auf. Schnauze. Wenn ihr wisst, was dieser Ring zu bedeuten hat, schreibt es in die Kommentare. Hier, diese Episode geht an alle Leute mit Code-Fetisch. Was nichts Schlimmes ist, wir bewerten das nicht, bewerten das auch nicht, aber wir möchten euch trotzdem auf die Gefahren hinweisen, die es mit sich bringen kann, mit diesen Vollidioten unterwegs zu sein. Was ist dafür da, ist das Punkt, die Öffnung zu machen, damit man die Flasche nicht zuschrauben muss und den Deckel nicht verliert. So. So. Genau. So. 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 Ich glaube, die wollen genau das bewirken, was jetzt hier gerade passiert. Dass man sich tot darüber diskutiert und dass Freundschaften in die Brücke gehen wegen dieser Scheiße. So. 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 rumstehen und abwarten. Ich darf das Ding nicht zeigen. Achso. Alles wie immer, ne? Rumstehen und abwarten. Wer hat Musiker, haben sie gesagt. Spiel die großen Bühnen, haben sie gesagt. So. Ne? Können wir so langsam machen. 20 Minuten? 20 Minuten? Das heißt, noch 10 Minuten hier rumgammeln. Weltmusiker, haben sie gesagt. Was? Trink? Ja, doch. Ist das gut? Das wird für alles seine Leute haben, die einem sagen, was man tun muss. Da gehen Leute von uns hin. Wo wollen wir anderen gucken? Zieh mir auch mal schnell Schuhe an. Ja. Das erfolgreichste Schlager für Europa. Offenheit und Toleranz gegenüber allen Bands in der Siegrichtung heißt trotzdem nicht, dass man alles versteht. Und Amigos wird so ein Projekt, das ich einfach wirklich nicht verstehe. Das geht bestimmt nicht. Auf die Uhr, die Uhr. Ein, zwei, drei. Steven! Die Uhr, die Uhr, die Uhr! Alles klar! Vielen Dank für die Köln-Köln. Vielen Dank für die Köln-Köln. Vielen Dank. Ich bin irgendwie ein bisschen Mischi auf dem linken Auge, könnte in der Käsesahne liegen, ne? Aber lecker. Wie Adam gerade sagt, leider nicht vegan, ne? Danke, Marshall. Danke, Iron Maiden. Ja, up the fucking Irons. Irons, sorry. Irons. Wir haben Kuchen bekommen. Ist doch schön, oder? Wenn man von der Hauptband auf der Bühne Dessert bekommt. Danke, Iron Maiden. Danke, Iron Maiden crew, everyone. Danke, Iron Maiden fans. Fans. Danke, everyone. I'm on awards. Massive. Massive satisfaction. We got cake.